Sagt mir jetzt das verdammte Passwort! Spuck's jetzt raus! Hey Jungs, wo ist denn die Toilette? Spuck's jetzt raus! Spuck's jetzt raus! Spuck's jetzt raus! Sagen wir uns, es passt noch! Was ist jetzt eigentlich mit dem Informatiker? Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Kommt jetzt drauf an, aber Quatsch, oder? Ja, der Boss wird schon aus ihm das rauskätschen. Der wird schon reden, ich glaub mir. Hast du das gehört? Komm, gib mir den. Wer bist du? Ich bin... Das ist jetzt deine letzte Chance! Was? Scheiß Wichser, sag mir das Passwort! Was willst du? Ich sag's dir. Ja, ich hab jetzt das Passwort. Ja. Ich könnte es sagen. Ja. 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 Ja.